Tom Kaulitz gibt es nur im Doppelpack. Der Gitarrist und sein Zwillingsbruder Bill sind unzertrennlich. Die beiden spielen nicht nur gemeinsam bei Tokio Hotel, sondern hängen auch privat ständig zusammen. 2019 kam aber noch ein drittes Mitglied zu der kleinen Gang hinzu. Tom heiratete Heidi Klum. Seitdem verbringt das Trio jede Minute zusammen, was auch schon zu wilden Spekulationen über eine Dreierbeziehung führte. Jetzt erklärten die Zwillinge, dass Heidi tatsächlich irgendwie mit beiden zusammen ist. Wir sind ja so eng. Wenn du den einen kennenlernst, den anderen aber nicht magst, kann das langfristig nicht gut gehen, erklärte Tom die Beziehung zu Bill gegenüber der Zeitschrift Annabelle. Wer seinen Bruder nicht akzeptieren würde, liebe nicht jeden Teil von ihm. Doch Heidi habe die enge Bindung der beiden direkt verstanden und es sogar gut gefunden. Für sie war von Anfang klar, ich liebe beide. Ich führe mit beiden eine Beziehung, erklärte Bill. In Toms vorherigen Beziehung habe die Dreiecksbeziehung nicht funktioniert, weil die Frauen in Bill eine Konkurrenz für Toms Liebe gesehen hätten. Bei Heidi sei das erstmals anders gewesen, sie mache das Trio komplett. Im Gegenzug lasse ich Tom ein Stück weit gehen. Aber bei Heidi war es das erste Mal, dass ich das gern gemacht habe, weil ich gesehen habe, wie gut sie ihm tut, berichtete Bill. Bis zum nächsten Mal.